Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema After Effects auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man die Dimensionen einer Eigenschaft, wie man die separieren kann. Ich habe jetzt hier eine Textebene und hier bei der Positionseigenschaft X und Y. Und ja, was muss ich machen, wenn ich die beide separat animieren möchte? Dann wähle ich einfach die rechte Maustaste, Dimensionen trennen. Und ja, jetzt habe ich hier beide Zeilen, X und Y, wunderbar, und kann beide mit der Stoppuhr getrennt animieren. Ich kann das auch wieder rückgängig machen, indem ich das Häkchen hier wegnehme. Und das Ganze kann man auch wunderbar mit einer Expressions machen. Ich nehme einfach mal die gedrückte Alt-Taste, klicke hier auf die Stoppuhr und kann hier eine Expressions eingeben, indem ich jetzt X und Y definiere. Dazu nehme ich einfach mal die Buchstaben, die Variablen A und B, damit das klar ist, wie das hier funktioniert. Also A gleich Wert und zwar X. Und das heißt jetzt, ich muss mit der eckigen Klammer einfach eine 0 hier eingeben. Also die eckige Klammer mit der 0 steht für X. Also der Wert X wird jetzt zugewiesen der Variablen A. Deswegen habe ich also ein A gewählt und kein X, damit einfach mal klar wird, was hier genau gemacht wird. Es geht nämlich nur um diese Eigenschaft mit diesen beiden Werten. Darum geht es jetzt um sonst gar nichts. Ein Semikolon für die Zeile zu beenden. Und da Y, ich nehme mal B. Jetzt definiere ich Y gleich und zwar vielleicht mit der Animation Wickel zweimal pro Sekunde 100 Pixel weit. Und hier muss ich jetzt noch eingeben eine 1 in der eckigen Klammer. So und diese 1 steht für Y. Okay, also die Y-Achse soll jetzt animiert werden mit diesem Wickel und das Ergebnis wird dann an B zurückgegeben. Okay, dann Semikolon. Enter. Und jetzt gebe ich das an After Effects zurück. Ich sage also ganz klar jetzt eckige Klammer A, B. Und das bestätige ich. Und jetzt wird also A der X-Wert zugewiesen. Das ist also 0. B der Y-Wert. Das ist also 1 wie bei der Matrizenrechnung 0,1. Und dann sage ich After Effects noch, alles klar, hier sind die beiden Werte in der Klammer A und B. Die kommen dann hier hin. Okay. Jetzt drücke ich mal die Leertaste. Und dann wird das Ganze hier tatsächlich animiert. Und ich könnte auch zum Beispiel noch die dritte Dimension dazu nehmen, indem ich eine 3D-Ebene daraus mache. Jetzt habe ich hier den Z-Wert. Und ja, da muss ich einfach nur hier unten. Ich mache mal C und definiere einfach mal C gleich, vielleicht auch ein Wickel von mir aus. Ja, da habe ich einen Fehler gefunden, weil ich noch gar nicht fertig war. 2 mal Komma, aber vielleicht ein bisschen mehr. Durcheinander 2,500. Und das Ganze ist jetzt der Z-Wert. Also das heißt, eckige Klammer. Und der Z-Wert ist also 2, Semikolon. Enter. Jetzt habe ich also, die 0 steht für X, die 1 für Y, die 2 für Z. Und habe das zugeordnet ABC. Gebe das hier zurück an After Effects. ABC, also ABC. Okay. So, und jetzt wird das Ganze also hier richtig schön animiert. Mit einer Expressions. Und das war auch schon das Video. Danke fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Mal.